Botschaft der Sonne zur Erde 2 An die Menschen, vielfältiges Erdenvolk, ich grüsse euch. Ungewohnt erscheint es euch, dass ein Himmelskörper reden kann. Doch in der multidimensionalen Schöpfung ist alles beseelt, denn es gibt nicht nur die euch bekannte dritte Dimension. Ich bin ein Sternenwesen und bringe eine Botschaft von der Quelle durch das galaktische Zentrum. Gaia ist ein Planetenwesen. Dank der kosmischen Elektrifizierung der Erde können wir nun eure Sprache benutzen. Alle höher entwickelten Wesen haben ein Denkvermögen und Kommunikationsfähigkeit, wenn auch nicht ganz im menschlichen Sinne. Die ganze Schöpfung ist durch die allumfassende Liebe von Vater und Mutter Gott entstanden. Diese Liebe wirkt im ganzen Sein. Deshalb reagiert alles im Weltall auf diese Liebe. Und alles kann sie auch erfassen. Somit könnte man sagen, die ganze Schöpfung sei bewusst. Doch auch hier gilt wieder, nicht genau im menschlichen Sinn. Durch religiöse Prägungen haben Menschen das Gefühl, sie seien die Krone der Schöpfung. Ja, Menschen sind einzigartig, weil ihnen die Möglichkeit der Unterscheidung in die Wiege gelegt wurde. Ihnen wurde mit dem Körper eine Persönlichkeit geschenkt, die sie entwickeln können. Im Gegensatz zu manch anderen Wesen ist diese Persönlichkeit des Menschen zu Beginn der Entwicklung nicht identisch mit seinem Seelenwesen. Die irdische Persönlichkeit unterliegt dem Gesetz der Natur. Die heutige Medizin betrachtet den biologischen Körper oft wie eine Maschine und behandelt ihn entsprechend. Viele Menschen wehren sich heute gegen diese Vorstellung, weil solche medizinische Behandlungen oder Eingriffe oft nicht den erhofften Erfolg bringen. Und doch hat die Medizin nicht ganz Unrecht. Der Körper ist die Schaltzentrale des Menschen. Diese Schaltzentrale sollte jedoch von menschlichem Bewusstsein bewusst bedient werden. Bei vielen Menschen übernimmt der Intellekt statt des Bewusstseins die Bedienung dieser Schaltzentrale. Weil diese Menschen vergessen haben, ihr Bewusstsein zu entdecken und mit dem Intellekt zu koppeln. Das erzielte Resultat zur erhofften Gesundheit ist deshalb oft sogar bei alternativen Behandlungen zweifelhaft oder unvollständig. Es ist ebenso mangelhaft wie eine reine maschinenhafte Behandlung der Medizin, weil das Bewusstsein nicht mitwirkt. Praktisch jeder Krankheitsfall entsteht durch eine Verbindung zur Persönlichkeit statt zur Schöpfungsquelle. Es ist ein Verbindungsverlust zur Schöpfungsquelle. Der Intellekt meint es gut und will positiv denken und die Verbindung zur Seele herstellen. Doch er bemerkt nicht, wie viele wichtige Bedienungselemente von dieser Schaltzentrale ihm nicht zur Verfügung stehen, weil sie nicht freigeschaltet sind. Das Bewusstsein kann in Zusammenarbeit mit dem Seelenwesen mit entsprechender Korrektur diese Verbindung wiederherstellen, damit Gesundung entstehen kann. Die Schaltzentrale Körper wird dem Bewusstsein dann ebenfalls aufzeigen, welche zusätzliche Hilfen oder externen Behandlungen eventuell noch notwendig sind. Hochmut und falsche Belehrungen haben dazu geführt, dass das Bewusstsein vieler Menschen unterentwickelt ist. Verführt durch ihr wissenschaftlich geprägtes logisches Denken, verpassen viele Menschen buchstäblich den eigentlichen Sinn des Lebens und erschöpfen ihre Lebenskraft sinnlos im täglichen Kampf gegen den Mangel, der in jeder seiner möglichen Ausdrucksweise sich präsentiert. Der Kosmos und das ganze Weltall ist Fülle. Da diese Vorstellung von Fülle für den menschlichen Intellekt jedoch nicht fassbar ist, erzeugt das intellektuelle Denken Grenzen. Nur das Seelenbewusstsein kann Fülle erfahren, erfühlen. Durch die Besonderheit des menschlichen Wesens hat die Persönlichkeit, welche die irdische Präsenz des Menschen ist, nicht automatisch Verbindung zum eigenen Seelenwesen. Der Mensch kann wählen, ob er als bloße Maschinenpräsenz in der dreidimensionalen irdischen Welt leben will und seine Kampfkraft täglich und stetig in der irdischen begrenzten Dualität erproben, wenn er will. Gewinnen kann er diesen Kampf schlussendlich nicht, weil Materie vergänglich ist. Dieser mutige Kämpfer schliesst sich selbst in einem goldigen Käfig ein und merkt es oft, erst wenn seine Lebenskraft zur Neige geht. Und zwar darum, weil er das rechtzeitige Auftanken in der Fülle verpasst hat. Die Schule des menschlichen Lebens ist anspruchsvoll. Den Intellekt zu formen und sich Bildung durch Wissen anzueignen, ist nur ein kleiner Teil dieser Schulen. Das Seelenbewusstsein ist ein höherdimensionales Wesen. Nur während der irdischen Existenz wird es dem dreidimensionalen Intellekt untergeordnet, damit die menschliche Persönlichkeit sich aus ihrem eigenen Wollen heraus entwickeln kann. Das Seelenwesen weiss, dass die menschliche Existenz mehrdimensional ist. Es weiss, dass es ausserhalb der dreidimensionalen Realität keine lineare Zeit gibt. Es weiss auch, dass Gott absolute, androgyne, das heisst menschlich, weiblich und männlich, unfassbare Schwingung ist, die erfüllt werden kann. Der jetzige Evolutionssprung führt den Menschen in die Dimension, in welche er wieder mit seinem Seelenwesen verbunden sein wird. Es ist nicht die Anderswelt oder das Jenseits. Es ist nicht die vierte Dimension, welche den Menschen erwartet, sondern die Welt der Polarität, der Verbindung mit der göttlichen Quelle und der Verbindung, wenn gewollt, mit höher entwickelten Sternenvölkern. Auch bei diesem Aufstieg gilt das Gesetz des freien Willens. Menschen können wählen, wann und ob sie dem Aufstieg folgen wollen. Das Leben in ihrer gewählten, alten Form in der dritten Dimension wird allerdings für sie nicht einfacher, sondern schwieriger werden. Es gibt viele Angebote von Lichtmenschen, die mithilfe von Lichtarbeitern, von Lichtwesen und aufstiegswilligen Menschen helfen zur Seite stehen. Die Frage ist, wen wähle ich, wer ist echt? Der große Weltenlehrer Christus gab den Vorschlag, gab einen Vorschlag für die Auswahlkriterien von spirituellen Angeboten. Er sagte, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Wähle weise. Gaia, die Mutter Erde, ist wie gesagt ein Planetenwesen und es hat, welches sich bisher geduldig als dreidimensionale Spielwiese zur Verfügung gestellt hat. Gaia und alle Naturwesen befinden sich in einer höheren Dimension als die, die ihr als Astralwelt bezeichnet. Mit Naturwesen meine ich nicht Haustiere, sondern wild lebende Tiere. Das Eichhörnchen oder das Reh im Wald und so weiter. Und die Luftwesen, die Baumwesen, die Wasserwesen und Mutter Erde selbst. Gaia wird die Menschen durch den jetzigen Evolutionsschritt führen. In der neuen Dimension, welche die Menschen jetzt erreichen können, wenn sie wollen, wird keine Ausbeutung und Vernichtung der Natur mehr möglich sein. Technischer Fortschritt wird nicht mehr im Kampf und Krieg dienen, sondern der Lebenserleichterung. Die Medizin wird nicht mehr Kranke pflegen, sondern Gesunde stärken. Da kein Mangel mehr herrschen wird, werden Kämpfe und Kriege keinen Anreiz mehr haben. Die unvorstellbare Erfindungskraft des Menschen wird weiter blühen und das Leben wird vielfältiger, einfacher und reicher werden. Wie können wir unser Bewusstsein verbinden mit dem intellektuellen Denken? Das ist nur in der Ruhe und in meditativer Haltung möglich. Danke.